Hi Leute, ich habe nicht wirklich gedacht, ich werde heute morgen ein volles Video machen, weil heute gab es einen Rolli, voll, wollte ich nicht spielen, weil es macht Spaß, aber dinge, dann das Finale vom Monatron rausgekommen, ne? Ich werde heute nur zwei Wins holen, weil ich habe heute mal ein bisschen Bock auf Ballguys, aber ja, okay, perfekt, ja, dieses Game wird so langweilig sein, Digga, was ist denn eins gegen eins, dann fragt mir dann hier, der, ah, ist nochmal runtergefallen, oh, es wird Larry, he, 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 ist irgendwie gemein, ist der also Schreck, ne, 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 selbst nicht, ne, selbst, ne, selbst, oder, ne, ne, oder, vielleicht doch, doch. Ach, hier manos unten, hier ist er nicht hier, ne? es ist nicht bei blau es hilft nicht bei lila ich weiß ich könnte einfach immer noch gleich bei gelb sein er ist auch nicht ich glaube ich habe nicht dann ist er ganz schlecht wirklich schlecht wer bewegt man kann aber ich bewege ich meine kamera meine rechte hand ist weg ganz feiner hecke aber der tut nicht mit dem schneffen was gut ja ja Soll ich mal gucken, hey. Ja, er ist bei blau. Also, ja. Ich hab Zeit. Zeit für ein Grand Daddy. Bitte stirb mir vor, ich hab dir kein Auto, bitte. Spiel damit zum Ehrenspielen gönnt. Ah, Digga. Zeit, warte vor. Ich werde nicht da nach unten springen, um ihm versuchen zu... zu dingsen, wenn ich keine Lust habe. Digga, das habe ich so oft versucht, deswegen bin ich gestorben. Deswegen kann ich einfach nur mal spielen. Das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ich würde so gerne nach oben gucken, aber das geht nicht. Oh, Guys, what the fuck? Oh, Digga, ich hab gewonnen. Oh, Digga, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wie viel hat er denn noch? Ja, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Bro, what is this? Happy New Year. Ähm, ja. Okay. Hä? Hä? Digga. Du hast noch 5,000 Sekunden, wer skal teimertet. Hä? Du hast noch 5,000 Sekunden.